Es ist noch die letzte, die ich für soziale Netzwerke verdeifele gebe. Als Musiker habe ich schon eine Seite gelaufen, eine Fanpage. Man sieht, dass teilweise in der Woche wirklich komisch aufkommen von Leuten aus Asien, die da voll den Plattenvertrag rund drehen wollen oder Coursera, die Fake sind, wo sie auf den Slot kriegen sollen oder Leute, die Likes verkaufen wollen. Was ist die Wette-Dateien, das? An der soziale Netzwerke kann Leute so verbinden und drehen, dass sie sie in den Rimmel kennen. Mehr Informationen geht bei BeSecure.